Ja, gestern sind wir von unserem elfträgigen Dreck zurückgekehrt. Es ging ständig bergauf und bergab. Eine faszinierende Landschaft, bizzare Felsen. Ich kann nur sagen, Fotomotive ohne. Mir persönlich hat das Fotografieren doppelt Spaß gemacht durch die ganz professionelle Anlage von Thomas. Der Höhepunkt war natürlich der Stockangri. Gut akklimatisiert im Basislauf angekommen. Er hat uns physisch sehr gut auf die Bestärkung vorbereitet. Ich kann nur sagen, wo wir oben standen, auf diesen 6.135 Meter hohen Berg, bezaubernder Ausblick bis ins Karakum. Nangababat haben wir gesehen. Ich kann nur sagen, traumhaft. Fazit dieser Reise von mir. Gut organisiert, viel erlebt. Und ich darf nicht vergessen, immer gute Laune und Stimmung in der Truppe. Auch von mir noch einige Worte zu der Reise. Wir haben nicht nur den Dreck gemacht, sondern wir haben hier Kloster besucht, was sehr eindrucksvoll war. Und haben eine Raftingtour gemacht mit viel Spaß und guter Laune. War alles perfekt. Und heute haben wir eine Fahrradtour gemacht vom Garda Lumpas. Das war sehr schön. Wir hatten wieder eine tolle Aussicht. Und ich muss auch sagen, der Thomas hat das hier so gut organisiert. Hat uns in allen unterstützt. Gegenüber vieles, private hinaus. Hat uns immer geholfen. Wir standen immer zur Seite. Und nochmal ein herzliches Dankeschön. Es war eine wunderschöne Tour gewesen in den drei Wochen. Wir haben viel gesehen und viel erlebt. Danke.